Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich mache mal etwas Neues hier auf diesem Kanal. Und zwar habe ich mal die Quarantänezeit genutzt, um ein paar Rezepte für euch abzufilmen. Viele von euch fragen mich immer auf Instagram oder auch hier unter den Videos nach Rezepten. Und deswegen dachte ich mir, filme ich einfach mal meine mitliebsten Rezepte in ein paar Videos zusammen. Ich habe mehrere Rezepte gefilmt. Jetzt in der Quarantänezeit habe ich die Zeit ganz gut dafür genutzt. Deswegen werden, denke ich mal, des Öfteren jetzt noch mehr Videos dazu online kommen. Wir starten jetzt aber heute mit gesunden Snack-Ideen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Ich habe unter anderem mein liebstes Bananenbrot dabei. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich das super, super gerne mache. Ich liebe das. Es ist so, so lecker. Unter anderem aber auch noch Rezepte, die ich mir von Pinterest so ein bisschen rausgepickt habe. Die geben mir mal ganz gut Inspiration, finde ich. Dort kann man wirklich alles Mögliche finden, sei es Bastelideen oder Kochideen oder Gestaltungsideen. Das gibt immer super viel Inspiration und deswegen habe ich einfach mal vier meiner Mitlieblingsrezepte rausgesucht und die euch jetzt abgefilmt. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Starten wir mit dem ersten Rezept und das sind gesunde Bounty. Dafür brauchen wir erstmal eine Dose Kokosnussmilch. Davon natürlich die obere Schicht quasi. Dann ganz normale feine Kokosraspel. Außerdem noch ein bisschen Kokosöl. Honig zum Süßen. Ihr könnt dann natürlich auch andere Süßungsmittel nehmen. Ich habe mich für Honig entschieden. Und ein bisschen Zartbitter-Kuvotüre. Erst geben wir die Kokosraspeln in eine Schüssel. Da müsst ihr gucken, wie viel ihr davon ungefähr nehmt. Ich habe auch zwischendurch mal immer mehr Kokosraspeln und dann wieder Kokoscreme dazu gegeben. Je nachdem, wie ihr die Konsistenz am liebsten mögt. Außerdem braucht ihr dazu auch noch die obere Schicht der Kokosnussmilch. Die gebt ihr auf jeden Fall erstmal rein. Dann könnt ihr aber zur Not auch, falls euch die Konsistenz noch nicht gefällt, entweder noch Kokosraspeln dazugeben oder noch einen Schuss von der ganz normalen flüssigen Kokosnussmilch. Wie einfach die Konsistenz euch am besten gefällt. Ihr seht schon, ich habe hier noch ein bisschen Flüssiges dazugegeben. Also es muss nicht unbedingt nur die Creme davon sein. Alle genauen Mengenangaben schreibe ich euch in die Infobox. Vermengt das dann einfach so, bis es euch gefällt. Bis so eine matschige Konsistenz entsteht, die nicht zu sehr klebt, aber die ihr auch trotzdem noch ganz gut formen könnt. Und dann kommen eigentlich die restlichen Zutaten noch hinzu. Das heißt, ihr süßt es dann einfach mit der Süße eurer Wahl. Wie gesagt, bei mir ist ein bisschen Honig mit drin. Macht da auch nicht zu viel rein, weil an sich, finde ich, schmeckt es so schon ziemlich süß. Einfach durch die Kokosnussmilch und auch durch die Schokolade dann da rum. Die müsst ihr einfach nur grob packen. Ich habe hier Kuvertüre genommen. Sicher geht das auch mit normaler Zartbitterschokolade oder Vollmilchschokolade. Nehmt da, was ihr wollt. Ich finde es mit Zartbitter am besten. Dann schmelzen wir die einfach ganz fix über einem Wasserbad mit dem Kokosnussöl. So sieht jetzt übrigens die fertige Kuvertüre aus. Wir haben uns nebenbei noch entschieden, Raffaello zu machen. Und deswegen habe ich hier noch ein paar Mandeln geschnitten. Das könnt ihr aber weglassen. Macht am besten einfach nur Bounties, weil die Raffaello waren dann am Ende leider doch nicht so lecker. Die waren viel zu trocken und nicht zu süß. Deswegen guckt da lieber nach einem extra Raffaello-Rezept. Macht einfach nur die Bounties. Die schmecken mit dem Rezept echt gut. Formt dann einfach so kleine Rechtecke oder Form eurer Wahl. Und ja, dann kommt das Ganze eigentlich schon in die Kuvertüre rein. Ich habe die einfach versucht mit einem Löffel bisschen zu wenden. Problem ist dann dabei meistens, dass durch diese warme Kuvertüre sich die Kokosfüllung ein bisschen auflöst. Und dadurch habt ihr dann so ein bisschen Stücken in der Kuvertüre. Deswegen vielleicht übergießt ihr es lieber damit oder sucht mal nach einer anderen Lösung. Ich glaube, es ist besser, wenn man das einfach übergießt, anstatt da rein zu tunken. Aber ja, vielleicht muss man auch die Kuvertüre ein bisschen abkühlen lassen. Ich weiß es nicht. Mich hat es jetzt nicht prinzipiell gestört. Aber wer das jetzt nicht so schön findet, dann, wie gesagt, übergießt es lieber. So sieht das Ganze dann fertig aus. Und das kommt dann für einige Stunden in den Kühlschrank. Guckt einfach, wie lange es braucht, bis die Kuvertüre kalt ist. Dann sind sie eigentlich auch fertig. So sehen sie dann im Endeffekt zum Schluss aus. Sie sehen, wie gesagt, durch diese bröckelige Kuvertüre dann am Ende nicht mehr so schön aus. Guckt also, wie ihr das dann am besten macht, ob die schön sein müssen oder ob die einfach eurer Meinung nach nur schmecken müssen. Bei mir sahen sie jetzt optisch nicht so schön aus. Dafür waren sie mega, mega lecker. Wirklich durch diese Süße von der Schokolade war das richtig, richtig harmonisch zusammen. Hat super lecker geschmeckt. War einfach wie ein gesundes Bounty. Und es war wirklich sehr, sehr lecker. Also wirklich ein gesunder Snack zum Empfehlen. Kommen wir zu Rezept Nummer 2. Und das sind gesunde Cookie Dose. Ihr braucht dafür erstmal Kichererbsen. Das ist die Basis. Und außerdem Haferflocken. Die müssen wir dann noch ein bisschen mahlen. Deswegen könnt ihr da ganz normale Haferflocken nehmen. Es sei denn, ihr habt auch Hafermehl oder sowas da. Dann kommt Backpulver mit dazu. Zum Süßen habe ich hier wieder Honig verwendet. Guckt da, was euch am besten schmeckt. Außerdem brauchen wir Kokosöl, Vanille, Salz und Schokotröpfchen nicht zu vergessen. Ich habe noch ein bisschen Chocolate Chip Whey dazu gegeben. Müsst ihr nicht machen. Das ist alles nach Belieben. Aber ich dachte mir, das passt ganz gut und schmeckt vielleicht in den Kokos ein bisschen besser. Als ersten Step, wie gesagt, mahlen wir ein bisschen die Haferflocken zu so einer Art Haferflockenmehl. Es reicht auch, wenn die ein bisschen grobkörniger sind. Ihr seht, wie es bei mir aussieht. Das ist völlig ausreichend. Schmeckt man im Endeffekt dann zum Ende in keinen Unterschied. Dann kommen als nächster Step die Kichererbsen in eine Schale. Gebt das mit dem Kokosöl einfach hinzu. Wie gesagt, das wird hier nicht geschmolzen, sondern es bleibt quasi die feste Konsistenz. Frag mich nicht, warum. Es geht ja dann im Endeffekt beim Backen. Dann wird es sehr flüssig. Macht man ja mit Butter im normalen Cookie-Teig auch. Deswegen wahrscheinlich einfach. Ich habe da noch ein bisschen Vanille hinzugegeben und eine Prise Salz. Und dann wird das Ganze einfach auch wieder miteinander püriert. Also ja, entweder ihr püriert es richtig geschmeidig oder ihr lasst es noch ein bisschen stückiger. Je nachdem, wie das euer Pürierstab hinbekommt. Dann kommt das Backpulver hinzu und die gemahlenen Haferflocken. Hier, wie gesagt, kommt das Whey noch mit dazu und ein Schuss Honig. Auch eine gute Portion, damit es schön süß wird. Seid ihr auch nicht zu sparsam. Die Cookies sollen ja auch noch ein bisschen was schmecken. Und da Honig an sich jetzt, ja, meiner Meinung nach nicht ganz so süß, habe ich auch noch ein bisschen Rohrzucker dazugegeben. Der ist nicht ganz so ungesund, sage ich jetzt mal. Also nicht so nährstoffarm wie feiner, raffinierter Zucker. Deswegen habe ich davon ein bisschen was dazugegeben. Und in Cookies, finde ich, macht sich dieser Rohrzucker immer richtig gut. Dann das Ganze nochmal gut cremig rühren. Ich habe das erst püriert nochmal. Und dann einfach mit einem Löffel nochmal. Ihr seht, die Konsistenz so ein bisschen klebriger. Mega, mega gut. Und dann kommen noch die Chocolate Chips dazu. Auch nochmal gut unterheben. Und fertig ist euer Cookie Teig. Sieht schon geil aus. Und Leute, ich sage es euch, es lohnt sich definitiv. Das Ganze habe ich dann auf eine mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilt. Ich habe da erst mal mehrere kleine Häufchen gebildet. Und habe die dann im Nachhinein mit zwei Teelöffeln versucht, ein bisschen platt zu drücken. Ihr seht, das wären so sechs bis sieben Cookies ungefähr. Ja, formt die einfach so groß, wie ihr das denkt. Die gehen im Ofen nicht mehr weiter auf. Deswegen macht die schon so, wie ihr die dann auch später haben wollt. So sah das Ganze dann auch bei mir aus. Und das kommt dann in den Backofen, in den vorgeheizten. Alle Rezeptangaben stehen nochmal in der Infobox. Schaut da also nochmal gern vorbei. Wenn die dann fertig sind, sehen sie so aus. Lasst sie einfach ein bisschen abkühlen. Ich sage es euch, die schmecken nicht nach Kichererbsen. Die schmecken einfach die richtig leckere, süße Kekse. Klar, man merkt natürlich, dass es eine gesündere Alternative ist. Man kann es jetzt von der Konsistenz her nicht ganz mit einem richtigen Cookie vergleichen. Aber ich finde, man hat diesen herben Kichererbsengeschmack nicht mehr. Die schmecken wirklich richtig süß und so soft sind die von der Konsistenz. Mit diesen Schokoladenstückchen da drin wirklich. Also wenn ihr mehr Schoko haben wollt, dann haut noch ein paar Schokostückchen mehr rein. Ich fand, mit Schokolade haben die wirklich perfekt geschmeckt. Und es ist ein richtig, richtig cooler alternativer Snack. Im Gegensatz zu normalen Cookies, wo dann immer eine Tonne Zucker dabei ist. Und die waren wirklich ein voller Erfolg. Und das nächste Rezept, ihr kennt es wahrscheinlich schon mittlerweile, mein geliebtes Bananenbrot. Hier für euch jetzt endlich mal das Rezept, weil viele von euch mich noch auf Instagram fragen, wie ich das immer mache. Es ist ein richtig softes Bananenbrot, deswegen wer das nicht mag, der überspringt das jetzt hier an der Stelle mal. Es ist auch leider nicht vegan. Ich versuche es noch vegan zu machen, aber bis jetzt liebe ich es so, wie es ist. Und deswegen zeige ich euch heute mal das Rezept. Ihr braucht dazu drei Bananen. Entweder drei kleine oder zwei ganz große oder nur zweieinhalb, wie auch immer. Ein bisschen Dinkelmehl. Haferdrink habe ich hier genommen. Ihr könnt auch andere Milch nehmen. Etwas zum Süßen. Ich habe Honig und Zimt verwendet. Dann zwei Eier. Ein bisschen Salz. Kokosnussöl. Und Backpulver. Ein bisschen Joghurt. Und das war es eigentlich schon. Starten wir mit Step 1. Ihr zermatscht einfach die Bananen. Ihr könnt zwei Bananen zermatschen und die dritte dann halbiert oben auf das Bananenbrot legen, damit es schöner aussieht. Ich mache immer alle drei in den Teig. Matscht die einfach mit der Gabel. Gebt die in eine große Schüssel. Denn da kommen zum Schluss dann die anderen Zutaten hinzu. Dann kommen drei Essel von dem Kokosöl in eine Schüssel. Und die werden erstmal in der Mikrowelle geschmolzen. Zu den Bananen kommen dann alle restlichen Zutaten. Haut das einfach simpel in eine Schüssel. Erst das Mehl. Dann eine ordentliche Menge Zimt. Wer das nicht mag, der lässt es einfach weg. Aber ich liebe das mit Zimt. Einfach generell. Es schmeckt immer so weihnachtlich. Und ach, keine Ahnung. Mega nice. Ihr könnt natürlich auch andere Varianten noch reinhauen. Sei es Rosinen oder Nüsse oder Schokodrops. Irgendwas. Macht das, wie ihr das gern wollt. Dann gebe ich noch 50 Gramm Joghurt dazu oder Quark. Einen Schuss Hafermilch. Und wie gesagt, zwei Eier. Ihr könnt es auch mit Chiasamen probieren. Das wollte ich mal machen. Habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Deswegen kann ich euch da kein Feedback zu geben. Einfach damit es vegan ist. Das geschmolzene Kokosöl noch dazu. Und dann kommt, wie gesagt, die Süße. Da reicht ein Schuss Honig. Viel mehr braucht ihr gar nicht. Weil die Bananen machen es schon richtig süß. Außerdem Backpulver, damit es auch ein bisschen aufgeht. Und dann wird das Ganze einfach nur schön miteinander verrührt. Seht mal, wie geil dieser Teig einfach ist. Ich liebe es. Er hat die perfekte Konsistenz. Ja, das Ganze gebt ihr einfach in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform. Verteilt das gut. Und dann geht das in den Backofen für so 45 bis 50 Minuten. Das reicht eigentlich immer komplett aus. Dann ist es nämlich richtig, richtig schön soft. Und Leute, ihr müsst es wirklich lauwarm essen. Es schmeckt so geil. Also klar, es hält sich auch noch drei, vier Tage im Kühlschrank. Aber trotzdem lauwarm und frisch aus dem Ofen schmeckt es einfach am besten. Hier seht ihr nochmal die Konsistenz. Es ist richtig schön, ja, quietschig. Richtig schön soft. Und ich liebe es einfach mega, mega lecker. Kommen wir zum letzten Rezept für dieses Video. Und das ist mein super, super leckeres, selbstgemachtes Granola. Auch hier könnt ihr wieder vollkommen eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich gebe euch einfach jetzt hier meine Angaben von den Zutaten, die ich hinzugegeben habe. Die Grundlage für mein Granola sind hier zarte Haferflocken, so ungefähr 80 Gramm. Ihr könnt auch kernige nehmen. Außerdem Nüsse eurer Wahl. Ich habe hier Cashewkerne, Mandeln und Walnüsse genommen. Dann noch so Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Außerdem Leinsamen. Ihr könnt auch Chiasamen oder sonstiges nehmen. Kokosöl und Blütenhonig könnt ihr zum Andicken quasi verwenden. Das zeige ich euch dann später noch. Und zum Abschmecken noch ein bisschen Salz und Zimt. Das ist aber, wie gesagt, auch wieder nachbelieben. Starten wir mit dem Granola. Ihr gebt als erstes euer Kokosöl in eine Schüssel und schmelzt es in der Mikrowelle. In der Zwischenzeit kommen die Haftflocken in eine Schüssel und eigentlich alle anderen Zutaten. Wie gesagt, hier die Leinsamen. Alle Angaben stehen auch nochmal in der Infobox. Dann müsst ihr einfach nur eure Nüsse grob hacken. Je nachdem, welche ihr da verwendet und ob ihr überhaupt Nüsse verwendet. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier diese genommen. Einfach grob oder fein hacken, je nachdem, wie ihr das mögt. Gebt die mit in die Schüssel. Dann kommen noch die Kürbiskerne dazu. Ein bisschen Zimt bzw. ein gutes bisschen Zimt. Ich liebe das. Das vermengt ihr dann noch alles gut miteinander. Und wenn dann das Kokosöl aus der Mikrowelle fertig ist, sieht das in etwa so aus, dann kommen die flüssigen Zutaten hinzu. Ich habe das Salz vorher noch vergessen. Da reicht auch eine Prise einfach nur. Und zu dem Kokosöl gebt ihr jetzt noch den Honig oder Süße eurer Wahl. Ihr könnt auch Ahornsirup oder sonstiges nehmen. Ich habe hier Honig genommen. Verrührt das miteinander. Dann gebt ihr das einfach mit zu den trockenen Zutaten. Guckt da, wie viel ihr an Flüssigkeit verwendet. Je nachdem, wie viele trockene Zutaten ihr habt. Es muss einfach ein bisschen so eine klebrige Konsistenz sein. Nicht zu klebrig. Also guckt da einfach, wie ihr das mögt. Ich mag das lieber so, wie ich es jetzt habe. Das ist nicht zu trocken und nicht zu klebrig. Dann kommt das Ganze auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Guckt auch da, dass ihr das so ausdrückt, wie euch das gefällt. Ja, wenn man es zu fein verteilt und zu viele Lücken lässt, dann ist es zu stückig, sage ich jetzt mal so. Und wenn ihr das ein bisschen aneinander drückt, dann habt ihr auch größere Crunchy-Krümel dann quasi am Ende. Das ist dann eigentlich auch umso geiler. Dann kommt das in den Backofen. In den vorgeheizten bei 200 Grad für etwa 10 Minuten. Guckt da auch immer mal, rührt vielleicht zwischendurch mal ein bisschen um, damit das nicht anbrennt. Und so sieht es dann eigentlich schon fertig aus. Ich nehme das liebend gern zum Toppen für Smoothie Bowls oder für meine Joghurt Quark Bowl oder sowas. Oder über einen Porridge. Es schmeckt richtig gut. Bestimmt auch einfach nur mit Milch als Müsli. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Lasst es einfach ein bisschen abkühlen und dann füllt das hier in so ein Aufbewahrungsglas. Und es ist auf jeden Fall eine ganze Weile haltbar. Super, super lecker und wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu diesem zuckerhaltigen Granola aus dem Supermarkt. So, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Rezepte nachbackt und die auf Instagram postet, dann verlinkt mich da gerne. Da schaue ich auch gerne vorbei. Und ansonsten könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Rezept ihr davon am interessantesten fandet. oder welches ihr nachbacken würdet. Oder welches ihr eventuell schon kanntet. Würde mich mal super interessieren. Und ja, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr sowas öfter sehen wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.